Hallo meine kleinen Wolfis zu einer Runde Survival Games mit Blog Play aus der Schweiz. Hallo, der kleine Schweizer. Mit mir? Ich habe gesagt aus der Schweiz. Warum hast du meinen Namen gesagt? Ich spiele mit dir, ich spiele mit dem Test. Ja, und wir spielen in einem Team, weil wir sind ja ein Team erlaubt. Oh, weil wenn wir jetzt nicht hier, dann könnten wir gebannt werden. Könnten wir gebannt werden, könnten dann gebannt werden, klingt komisch. Oha. Ja. Und mir hat irgendwer ins Geld geschrieben. Ich möchte gucken, was es ist, aber ich gucke es einfach noch. Du hast ja noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Hast du eine Runde auf diese Runde? Nicht wirklich. Ich habe zwei Waffen. Ich habe eine Waffe. Renn. Ah, mein Sprinten-Bug. Läuft bei dir ja nichts. Ah. So, einfach geradeaus weiter würde ich sagen. Oder. Da hinten irgendwo geht es runter. Ah. Hier geht es runter. Achtung, hinter dir. Hinter dir. Okay. Einfach hier runter gehen wir jetzt. Oh ja. Außer, ne. Ne. Holzachs. Holzachs habe ich selber. Leuchtweil. Wir müssen mal gucken. Links und rechts sind irgendwo Kisten. Ah, jetzt nicht. Döööööööööööööööööö. Warte, ich muss mal gerade hier meinen Helm wechseln. So, dann können wir weiter. Ähm. Ich meine, hier hinten wären irgendwo Kisten gewesen. Da. Ich spiele jetzt SG-7 nicht so oft. Ey, ich finde immer nur diese blöden Holz-Äxte. Ich habe jetzt drei Holz-Äxte im Inventar. Das ist ja ein echt toller Spielplatz hier, ne? Oh, das war ganz groß. Meine Welt. Brauchst du einen Bogen? Ja. Äh. Ich habe neun Pfeile. Fällt mir gerade mal drauf. Boah, ich habe 20. Ist immer natürlich so okay jetzt nicht. Ist mir... So lange wir nicht gleich wieder auf dem Team treffen, was besser erklärt ist, als wir jetzt alles in Ordnung. Jetzt noch ein Holz-Spatterner. Wupp. Wupp. Hm. Hm. Wum, wum, wum. Warum ist meine Musik aus? Es geht immer ganz weit, immer ganz kurz. Ey, ich gucke schon mal ein bisschen weiter. Ah, was haust du mich? Äh, war nicht ich? Ja, du bist der einzige Intervist. Ah, schnell was futtern. Was neken. Hier ist hier keine Name-Texte. Das stört mich. Warum ist hier einfach keine Kiste drin? Keine Ahnung. Komm, wir gehen da in das Ding wieder da rein. Warte. Wo willst du rein? Hä? Wo bist du rein? Wo bist du? Da rein. Das große Haus. Ach da, okay. Ist hier eine Kiste drin? Nein, schade. Oh, ich bin blind. Dann wäre da wohl eine Kiste. Gehen wir einfach in dieses dunkle Haus. Oh, ich bin voller Möhre ins Wasser gerannt. Sag mir doch, dass da Wasser ist. Da ist Wasser. So, äh, gibt's hier drin überhaupt Kisten? Hm, ja. Außen Eisenhelm. Ich hab Kettenhelm an. An egal. Wegwerfen. Da ganz hinten ist meistens noch keine. Okay. Hier noch eine. Eisentüchern. Da ist auch noch eine. Da noch eine. Ah! Ederfücheln. Warte ich noch nicht. Okay, ich hab gerade einen kleinen Leck. Ah. Mit welchem Picture-Pack nimmst du denn auf? Äh, ich könnte eben nachgucken, warte. Ich weiß das gar nicht auswendig. Es heißt Dendillion. Oder so. Ah, Dendline. Ja. Äh, ich hab's nicht so mit Namen. Hier schießt irgendwer auf mich. Bist du das? Nö. Ach, das bist du, du Hans. Du Hans! Hans, Wurst! Hans, ich bin beleidigend. Hans, Wurst. Ah, ich bin echt zu blöd für Jump'n'Runs. Sie sagt, Gang, hier ist nichts für mich. Läuft bei dir. Ich treff' doch nicht mein erstes Ding, ey. Mann. Gibt jetzt bestimmt viel besser equippeded Teams als uns. Lass mal kurz hier noch einen Abstecher reinmachen. Und wenn sie besser equipped sind, wir machen sie trotzdem kaputt. So, ich hab jetzt ne Hose. Das sind Chests. Ich brauch schon ein bisschen. Du hast jetzt was. Ganz ehrlich, dass in der Ecke, wo wir gerade sind, keinerlei Gegner rumlaufen. Das ist eher gut oder eher schlecht für uns. Ich weiß es nicht. So können wir uns durchmogeln irgendwie. In Stealth-Match, das sind 30 Sekunden. Und nämlich hat ein Ziel. Es wäre angeschön. Hier ist ne Tier. Hier. An Tier. Ja, schon mal besser als das, was ich hab. Ich hab aber keinen Brustpanzer. Das ist ein bisschen blöd. Es könnte hart werden. Wir schaffen das. Ja. Erstmal die Heal Potion gönnen. Dann Dierschwert gönnen. Ich kenn die Map hier gar nicht. Dierschwert, wo bist du? Okay, komm, lass auf den da gehen. Der. Oha, geh weg. Stimmt, ist okay. Hier, warte. Noch bin ich nicht tot. Eisenbrust. Warte, da kommt einer. Nein, 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 nein. Nein. Oh, im Deathmatch gestorben. Nein. Reiß das Ding, warte. Aber ich hab dich gerischt. War auf mich gerischt. Wow, du hast die Survival Games gewonnen. Wow. Applaus für dich. Und ich bin gestorben, weil ich keine Clubbette hatte. Oh, Manu. Naja. War aber eine lustige Runde dafür, dass wir nur außen rumgelaufen sind. Ja. Weil ich einfach voll verplant kein Jump'n'Run kann. Manu. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.